Wunderschönen guten Tag und willkommen bei Geh mal zum Podcast, dein Lieblings-Podcast mit deinen LieblingskünstlerInnen und mit meinen LieblingskünstlerInnen. Heute bei mir zu Gast sind der liebe Kasi und der liebe Antonius. Die beiden sind aus Freiburg und unfassbar talentierte Musiker, die ich jetzt schon länger verfolge und zum Glück auch schon länger kenne und schon den ein oder anderen coolen Talk mit denen hatte. Und damit auch ihr die jetzt besser kennenlernt, starten wir mal richtig schön rein in das FaceTime-Gespräch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schön, dass die beiden da sind. Und dann rufen wir die mal an, würde ich sagen. Hallo Jungs, was geht ab? Willkommen bei Geh mal zum Podcast. Was geht, ey. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Einmal hier in einer ganz anderen Atmosphäre, das ist nämlich mein Studio. Ich musste euch ja letztes Mal leider absagen, weil ich zu krank war. Ich habe ja meinen ganzen Podcast komplett krank aufgenommen. Ich war in jeder Folge krank, müsst ihr euch vorstellen. Perfekt, was hattest du denn? Wirklich, das war gottlos. Aber jetzt bin ich wieder gesund und ich freue mich, dass ihr hier wenigstens über Remote bei mir im Studio seid. Mit wem hast du dich schon aufgenommen? Und was hattest du? Was war deine Erkrankung? Was hattest du? Ich hatte einfach einen ganzen Monat lang Husten. Ich hatte den ganzen Monat lang erst trockenen Husten für vier Wochen und dann noch zwei Wochen schleimigen Husten. Wirklich, es war gottlos. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich hatte in der Zeit ja auch meine ganzen Live-Auftritte und so. Und da hat das dann einfach alles funktioniert. Ja, ja, das kenne ich. Auf einmal, man funktioniert einfach, gell? Ja, voll. Geil. Was ist eure Erfahrung damit? Safe. Wie geht es euch überhaupt? Erzählt mal, wie waren die letzten Monate, was ging ab? Ich will alles wissen. Kasi, wir haben uns auch lange nicht gesehen. Ja, voll, voll. Ich glaube erstmal hier für die Leute, die das nur als Podcast wirklich hören. Ich weiß gar nicht, ob noch ein Video irgendwie da kommt, aber auf jeden Fall für die Leute, die das nur hören. Mein Name ist Kasi, ich bin Kasi und ich bin mein Produzent. Mein Name ist Antonius. Antonius, nur dass ihr die Stimmen hier, nur dass ihr die Stimmen mal zuordnen könnt. Ich würde sagen, ja, ey, uns geht's gut erstmal. Wie gesagt, danke für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein, auch wenn es nur über FaceTime ist, aber easy. Und ich weiß nicht, uns geht's gut. Wir hatten ein bisschen entspanntere Monate. Anfang des Jahres ist ja immer nicht so viel los in der Musikwelt. Also wir haben natürlich trotzdem viel gemacht, irgendwie Mucke und waren auch auf ein, zwei Auftritten und so. Aber es war auf jeden Fall entspannter als die Zeit davor. Und jetzt langsam geht's so mit dem guten Wetter auch wieder los. Festival Sommer startet in sechs, sieben Wochen irgendwie und ja, dann fängt's wieder richtig an. Aber wir sind guter Dinge. Wir haben Bock auf jeden Fall. Amazing. Yes, sir. Bei dir, Antonius? Ich schließe mich an. Bei mir ist ein bisschen der Pain. Ich muss ab Montag, muss ich wieder studieren, also ich muss seit Montag wieder studieren. Das heißt, ganz so chillig ist es jetzt nicht bei mir, aber ja genau. Ich hätte nochmal eine allgemeine Frage. Mit wem hast du denn über, also gibt's den Podcast schon auf Spotify? Nein, der kommt am 9. April raus. Achso, und mit wem hast du schon alles aufgenommen? Mit Ivo, mit Sjovo, mit Mika Noe, mit... Scheiße. Ach, mit Heiko und Roman. Ah, Leute. Okay, geil. Die Frankfurter Originale, Digge. Ja, ja, wirklich. Du bist ja auch ein Frankfurter Original, Kasi. Ich bin auch Frankfurter Original. Kasi kommt nämlich aus derselben Stadt wie ich und daher kennen wir uns auch so. Loki, erzähl mal bitte, wie wir uns kennengelernt haben. Boah, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das in the first place entstanden ist, also wer irgendwie wem geschrieben hat oder was wir geschrieben haben oder so, aber auf jeden Fall das erste Mal gesehen, haben wir uns letzten Sommer 2023, da hatte ich einen Auftritt mit Antonius zusammen in Frankfurt auf dem Uni-Campus-Festival. Das war sehr witzig, weil das war eigentlich wirklich so ein Uni-Fest. Ein weniger Festival. Ja, es war kein Festival, das war ein Uni-Fest. Es war einfach von meiner Uni, so kurzer Reminder, ich studiere da auch einfach so. Das ist einfach so lustig. Was studierst du denn? Ich studiere Theater, Film und Medienwissenschaft. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. An der Goethe. An der Goethe, auch auf dem Campus, wo du gespielt hast. Ja, ja, safe, Campus West, Beste, Digga, ist voll schön da. Ja. Ja, Mann. Ja, genau, aber so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt, das erste Mal in Person. Und da haben wir irgendwie ein bisschen geschnackt und ich glaube so ein paar Wochen später war ich wieder in Frankfurt, da bin ich einfach mal vorbeigekommen bei euch und haben ein bisschen gechillt bei euch im Studio, wo du auch gerade sitzt. Ja, das kam, weil wir uns in der HK getroffen haben. Ah, ja, stimmt. Ja, das war lustig. Die HK ist so eine kleine süße Kneipe in Frankfurt, wo man Dart spielen kann und Käsekuchenschotts trinken kann. Habt ihr schon mal Käsekuchenschotts getrunken? Ja, natürlich. Ich glaube so, also ich war da auf jeden Fall auch schon, aber ich kann mich jetzt, ich kann mich nur an Dart erinnern, um ehrlich zu sein. Leute, ihr müsst unbedingt Käsekuchenschotts probieren. Ich weiß nicht, welchen Mehrwert mein Leben ohne diese Käsekuchenschotts hat. Schmeckt das, die so eierlich hören? Sag ich ganz ehrlich. Die sind so geil. Kasih, hast du die schon mal probiert? Ja, hab die schon mal probiert. Schmecken auf jeden Fall geil, weil es ist so süß halt. Schmeckt wirklich wie so ein Käsekuchen. Es ist so amazing. Ja, Mann. Ich liebe das. Ja, aber Antonius, du wohnst in Freiburg. Ja. Und Kasih wohnt ja auch eigentlich in Freiburg. Du bist ja so ein, du wohnst in Freiburg, kommst aber aus Frankfurt und bist so ein Pendlerjungen, nicht wahr? Ja, also eigentlich, ich weiß auch nicht, ich weiß auch immer nicht, was ich dazu sage. Also ich komme aus Frankfurt so, ich bin da ganz normal groß geworden, hab irgendwie Schule gemacht und irgendwie auch zu Ende gemacht, keine Ahnung wie. Und dann bin ich halt zum Studium nach Freiburg gezogen vor drei Jahren mittlerweile. Und klar, ich bin auch noch oft irgendwie in der Heimat, aber eigentlich, also ja, Wohnort ist gerade Freiburg, im Süden. Ja, Mann. Yes, Sir. Und hier haben wir uns auch kennengelernt. Ich war noch nie in Freiburg. Eigentlich wäre ich auch voll gerne zu euch gekommen, um das zu recorden, weil ich war einfach noch nie da. Wie kann man sich Freiburg vorstellen, was ist geil an Freiburg? Wie ist euer Künstler-Drive in Freiburg? Wie, was macht Freiburg mit eurer Kunst? Und ja, sowas. Wie ist Freiburg? Freiburg ist auf jeden Fall, also ich war jetzt noch nicht so oft in Frankfurt, aber Freiburg ist halt eine ganze Ecke kleiner als Frankfurt. Und Freiburg ist halt so, Kasi hat mal irgendwann gesagt, Freiburg ist so eine coole Stadt, so um als erstes wegzuziehen. Also weißt du, so die erste Stadt, wenn man von daheim wegzieht. Ich glaube, da ist Freiburg irgendwie cool, weil Freiburg ist halt so, ich weiß nicht, das ist halt so klein und sweet, aber es ist trotzdem irgendwie so, ich weiß nicht. Freiburg ist so eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt. Das ist halt so ein bisschen so ein In-between. In Freiburg gibt es ganz viel Natur, viele Parks, die Leute sind alle sehr freundlich. Freiburg ist die Stadt in Deutschland mit den meisten Sonnenstunden. Das ist immer sehr gutes Wetter. Boah, I wish, Alter. Ja, das ist echt geil. Und ich glaube, was auch so ein bisschen hier ausmacht, gerade so für uns, die zum Studieren hergekommen sind, ist halt auch, es gibt einfach todesviele Studenten und die ganze Innenstadt ist halt sehr davon geprägt. Und ja, genau, so auf den, ist irgendwie schön. Hier sind so die Ausläufer des Schwarzwaldes, es ist sehr viel schöne Natur hier drumherum. Du siehst überall grüne Berge und ist irgendwie geil. Boah, Werbeanzeige ist auf jeden Fall abgekauft, sag ich ganz ehrlich. Komm nach Freiburg, Habibi, komm zu Freiburg. Was macht ihr eigentlich so? Also ihr macht natürlich unfassbar gute Musik, die mein Herz schon früh gecatcht hat mit vielleicht in einem Jahr. Wie schön, danke. Das war euer Durchbruchssong, oder? Ja, Mann, ja. Vielleicht in einem Jahr oder Monat oder Tag, sag mir nur, was sich verändern soll und Girl, ich mach's klar. Wenn es nur so einfach wär, ist eigentlich egal, was ich dir hier gerade schreib. Wir sehen uns erst in einem Jahr, es ist auch so vorbei. Wie war das so? Der ist ja auf einmal, wie ist der geboomt? TikTok. Habt ihr TikTok-Promo gemacht? Wie war das? Ja, ja, das war einfach, das musst du eigentlich erzählen, Bro, du hast die Videos gemacht. Ja, einfach TikTok, einfach TikToks, die funktioniert haben irgendwie, ich weiß nicht, einfach so Vibe, Zusammenschnitt, Videos mit Lyrics. Und die haben irgendwie, ich glaube, das meist geklickt hat, irgendwie so 260.000 Aufrufe und irgendwie dann haben das ganz viele Leute gesehen und viele Leute fanden das cool. Ja, zu Recht, ich fand's auch cool. So, der Stein ein bisschen ins Rollen zu haben. Sehr cool sogar. Korrekt, danke, Becker. Mit Social Media, aber im Allgemeinen, so, wie findet ihr das so? Ich hab mal mit Kasi eine lustige Unterhaltung geführt. Da hat Kasi mich gefragt, siehst du dich eigentlich als Musikerin oder als Influencerin? Ja, ja. Und so, die Frage ist so krass bei mir kleben geblieben, weil ich voll in die Bredouille gegraten bin, weil ich nicht genau wusste, was ich darauf jetzt antworten soll. Ich seh mich ja in erster Linie als Künstlerin und mach ja irgendwie beides einfach, weil ich bin ja auch an sich keine Influencerin, sondern eher so eine Art Artfluencerin. Meine Reads sind ja auch irgendwie Kunst. Aber irgendwie ist dadurch so diese typische Musiker-Ego-Dings ganz bisschen durchgeschwungen von wegen so, ja, man sollte nicht so viel Social Media machen, weil man ist ja Musiker. Ja, wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik? Social Media, aber Musiker sein? Also ich glaub, das ist voll die gute Frage, weil ich glaub wirklich jeder und jede, die Musik machen, kennen das. Man muss halt irgendwie echt einfach heutzutage sehr viel Online-Präsenz zeigen und das teilweise irgendwie auch mal in der Woche mehr am Content machen gefühlt als Musik machen. Wir haben da auch echt lange, glaub ich, für gebraucht, bis wir da so die richtigen, bis wir da so das Richtige gefunden haben. Aber das Geile ist, wir haben so eigentlich einen ganz guten Workaround, sag ich mal, gefunden, weil wir machen jetzt nicht so oft dieses so typische, keine Ahnung, man setzt sich vor die Kamera und sagt, ey, das ist der Song und da und darum geht's. Also wir versuchen nicht so das zu machen, was alle machen mäßig, sondern im Endeffekt ist es einfach nur so, Antonius filmt alles mit, was wir machen, auf dem Handy und hat einfach ein mega gutes Auge für Ästhetik und schneidet aus den Sachen, die wir so erleben, sag ich mal, einfach wirklich geile Videos zusammen, die wir dann überall posten können. Also eigentlich muss Antonius mehr darüber reden. Ich geb mein Bestes. Ja, safe. Also es ist so irgendwie, ich hab das Gefühl, wir haben da einen ganz geilen Workaround gefunden und die Leute nehmen das auch gut an und irgendwie funktioniert so ganz gut bisher jetzt auf jeden Fall. Voll, ich hab das Gefühl, also es wirkt immer sehr, sehr natürlich einfach so und wie du es grad auch so beschrieben hast, also erstens Antonius gute Arbeit. Ich finde, das catcht auch so richtig diesen Jugendvibe und das tut ja auch eure Musik so und aber mit diesen visuellen Untermalungen kommt das halt noch viel mehr, dann ist es einfach perfekt für Social Media und für unsere Generation. Ich finde, ihr habt auf jeden Fall so den Zeitgeist getroffen. Ja, Mann. Das ist schon krass. Das macht euch, ihr habt echt so eine Nische, die eigentlich so offensichtlich gefüllt werden musste, habt ihr irgendwie mit eurer Kunst gefüllt und das finde ich sehr amazing. Stark, korrekt. Ich glaube, ich hab noch nie so ein detailliertes und schönes Feedback dazu bekommen, aber ja, also danke. Ja, gern geschehen. All praise to, alle Props an Antonius. Hast du was gesagt? Alles gut. Ja, generell, was so euren Workflow angeht, würde mich irgendwie auch mal generell so interessieren. Also, ich hab ja jetzt schon ein bisschen rausgehört, dass Antonius auch viel so visuell macht und Antonius ist der Produzent und wie läuft aber so eure Komposition von euren Songs ab? Das würde mich wirklich blendend, blendend interessieren. Ohne, dass das jetzt so sehr wie so ein Interview wird, gär, aber ich hab einfach wirklich diese Fragen. Ja, safe, ne? Alles easy, ist doch cool. Soll ich was dazu sagen oder willst du? Let's go. Genau, also ich glaub, so erstmal so von den Rahmenbedingungen her, genau, Antonius ist Produzent und wir machen eigentlich alles zusammen und eigentlich alles, was von mir draußen ist, ist mindestens mal co-produziert von Antonius. Wir machen viel hier Mucke in Freiburg einfach zu zweit, sind aber auch immer mal wieder in Berlin, um mit anderen Produzenten zu arbeiten, aber bis jetzt haben wir das irgendwie echt alles recht klein, so in so kleinem Kreis gehalten und hat auch bis jetzt so ganz gut funktioniert. Ich glaub, also ich kann da gar nicht so, ich glaub, das fällt natürlich immer schwer, so Sachen zu erklären, indem man selber so drin ist. Das fühlt sich halt total banal an. Im Endeffekt setzen wir uns hin und man schaut nach coolen Chords irgendwie und dann programmiert Antonius Drums und dann, wenn sobald irgendwie ein bisschen das Tempo und die Tonart steht und der Vibe klar ist, kann ich dann irgendwie darauf anfangen, Text zu schreiben. So, runtergebrochen ist es das. Ja, genau, aber es entsteht auf jeden Fall immer relativ, also es entsteht eigentlich immer alles aus dem Moment heraus. Immer so right on the spot, also wir machen jetzt nie so, wir bereiten jetzt nie so krass groß Sachen vor, sondern wir setzen uns halt hin und dann kommt's auch mal vor, dass irgendwie einfach was entsteht, wo wir danach sind. Ja, oder man nach zwei Stunden sagt, okay, oder bin ich auch immer der Part, der dann mäßig aufgibt und sagt, ach, scheiß drauf, Digga, macht jetzt auch keinen Sinn, ist eh kein geiler Song. Und vielleicht kommt man dann irgendwie zwei, drei Tage später wieder darauf zurück und merkt, okay, vielleicht ist das und das doch ganz cool und macht da weiter. Aber es sind irgendwie immer so Momentaufnahmen, hab ich das Gefühl. Also es entsteht alles so sehr viel aus dem Bauch heraus, so irgendwie. Ja, ich würde mich anschließen und was mir aufgefallen ist, ganz viele Songs, die jetzt irgendwie in letzter Zeit, die wir gemacht haben und rausbringen wollen oder die jetzt auch schon rausgekommen sind, sind echt so teilweise ein Jahr alt oder irgendwie über ein Jahr alt. Also was wir in der letzten Zeit oft gemacht haben, dass wir Songs, die wir mal vor irgendwie einem Jahr oder einem Dreivierteljahr oder irgendwann letzten Sommer mal so angefangen haben und wo der Song eigentlich mal so ein bisschen so fast fertig ist oder so eine Demo steht, dass wir die dann irgendwie nochmal so, ja, halt irgendwie richtig, also lange Zeit später irgendwie nochmal überarbeitet haben und nochmal Text umgeschrieben, Instrumental umgebaut und irgendwie so einfach so den Vibe, den wir damals gecatcht haben, den fanden wir irgendwie cool. Aber wir wollten es irgendwie noch geiler machen. Das haben wir irgendwie jetzt ein paar Mal gemacht in letzter Zeit und das ist irgendwie auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, ob ich es cool finde, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil, ja, irgendwie, wenn man so ein Projekt dann aufmacht, das ist schon so ein halbes, dreiviertel Jahr alt, das ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie interessant. Ja, ich finde, das wirft einen manchmal auch wieder total in dieses Gefühl zurück. Komplett. Ja, voll. In dem der Song entstanden ist, ist es jedenfalls bei mir so. Ich habe auch so viele unreleasede Sachen, die einfach aus so einer ganz anderen Zeit sind, die ich vielleicht gar nicht mehr veröffentlichen will, gerade deshalb, weil sie irgendwie so eine abgeschlossene Wunde wieder aufreißen. Wie ist es bei euch, wenn ihr Mucke macht? Ist es, wenn es raus ist, ist es dann so weg? Oder so das Thema? Weil ich nehme an, dass es für euch auch so ein Verarbeitungsprozess ist. So, ähm, keine Ahnung, ja. Checkt ihr, was ich meine? Ja, 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 doch, ich check, was du meinst. Ähm, boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, ähm, boah, das ist, das ist eine gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht so, nicht so wirklich eine Antwort darauf. Manchmal, manchmal höre ich mir auch irgendwie alte Songs von mir an und bin dann wieder voll in dem, äh, Gefühl von damals drin und weiß genau, wieso ich, wieso ich, äh, was wie geschrieben habe. Und, äh, manchmal tut es auch weh, aber, ähm, eigentlich ist es ganz schön, so diese Musik als, äh, die Musik als Ventil zu haben und ich habe das Gefühl, was ganz oft, was ganz oft ist, ist, wenn ich mir alte Songs von mir anhöre, dann verstehe ich erst so im Nachhinein, wieso ich was wie gesagt habe und dann kann ich mich im Nachhinein irgendwie so viel besser so analysieren oder checken, was, ja, einfach so, einfach so checken, wie es, wie es mir damals eigentlich ging, auch wenn ich es im Moment gar nicht so richtig wusste und einfach so aus dem Bauch heraus irgendwas geschrieben habe und dann check ich so ein Jahr später erst so, ah ja, okay, deswegen hast du das und das gesagt, ähm, den Moment hatte ich jetzt in letzter Zeit öfters, ja, Mann. Aber ey, wie ist denn es bei dir? Wie ist es bei, wie ist es bei, wie ist es bei, wie ist es bei euch? Wie macht, wie machst du, wie macht ihr Mucke zusammen? Wie läuft das? Also ich war ja immer einmal so halb dabei bei einer Session, aber so, ich glaube im Endeffekt machen wir das auch alle relativ gleich, aber erzähl mal, erzähl mal gerne. Ja, irgendwie, man hat ein Grundgefühl, was ich mitbringe, ähm, Patrick kann das halt produzententechnisch sehr gut umsetzen und dann, ähm, passiert eigentlich gleichzeitig so dieses Melodie und Texting, das ist so gleichzeitig, ist bei euch auch so? Ja, same, same. Ist das eigentlich zusammen oder, ähm, wie ist das? Nö, das schreibe schon ich, aber so, also natürlich, also das ist natürlich eh immer, in einer Session ist ja eh alles immer in so Absprache und so, keine Ahnung, Antonis, natürlich wirft er auch, wirft man irgendwie sich auch gegenseitig Sachen, Sachen zu oder vielleicht mal ein Wort oder ey, das ist vielleicht nicht so cool geflaut, probier's mal so oder vielleicht die Melodie oder so, das ist jetzt nicht alles, alles, alles aus meinem Kopf, aber ja, das schreibe schon ich auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wie war eigentlich euer Winter? So, ich mein, bei euch war viel going on, ich hab das so mitgekriegt, ihr habt ja auch hier sogar 01999 Support gespielt, das war ja extrem, was ich da gesehen habe. Ja, das war crazy. Aber, ähm, auch mal unabhängig so von Musik, findet ihr Winterloch und Winterdepression is a real thing? Das interessiert mich einfach, weil jetzt wird das Wetter wieder besser und ich hab das Gefühl, das hat schon eine viel heftigere Auswirkung auf meine mentale Gesundheit, als mir so bewusst ist. Ja. Für euch? Ja, safe. Also auch auf jeden Fall so, wir waren eben gerade, wir saßen eben gerade in der Mensa hier in Freiburg und haben uns mit Kumpels auch darüber unterhalten und es war irgendwie so, weil hier ist gerade, also, was haben wir jetzt heute, ist irgendwie, was ist jetzt Mitte, Mitte, Mitte März, Mitte, Ende März und es ist todeswarm in Freiburg, also es ist wirklich T-Shirt-Wetter, so. Wie warm ist es da? Ich weiß nicht, 22 oder so? Ja, 19 Grad, 20 Grad, irgendwie sowas. Ja, okay, aber hier ist auch 18, 19 Grad. Ich hab's in deiner Story auch neulich gesehen, ich war auch so, geil, Sommer in Frankfurt oder Friedensanfang. Ich lag einfach schon im Bikini im Park. Todes geil. In welchem Park chillst du dann da? Günni. Günni? Nie Grüni? Nee, meistens Günni. Früher, vor so 20 Jahren, weil... In Frankfurt haben wir zwei Parks, die so eine Rolle spielen und das ist der Grüneburg-Park und der Güntersburg-Park. So ist es. Irgendwie, ich hab's Gefühl, so die Jugend und die junge Erwachsenenlandschaft ist so aufgeteilt, einfach so gespalten in Grünigänger und Günni-Gänger. Komplett. Ich hab ne Schwester, die ist 20 Jahre älter und die hat dementsprechend alles 20 Jahre früher erlebt in Frankfurt und vor 20 Jahren war einfach der Grüni so der Spot. Da war niemand im Günni. Da war der Grüni einfach so der Park, wo so alle gechillt haben, zumindest irgendwie alle, die sie kannte. Ich fand ich irgendwie interessant, weil so Grüni ist ja eigentlich gar kein Thema mehr, außer wenn man vielleicht an der Goethe-Uni ist oder so. Naja, bei uns jedenfalls nicht so. Aber der Grüni ist sogar eigentlich echt schöner als der Günni so. Aber Günni ist halt Günni, so Günni hat so ein bisschen so ne Ranzigkeit an sich, die das Ganze irgendwie noch weibiger macht. Und im Grüni gibt's halt auch kein Kaffee oder irgendwas so. Da ist halt wirklich einfach nur, da gibt's diesen Basketballplatz noch. Da war ich auch oft. Naja, aber eigentlich hast du ja gefragt wegen Winterloch und so. Ja. Also safe. Also ich persönlich kenne das von mir auf jeden Fall. Ich glaube jetzt nicht so stark ausgeprägt wie bei manch anderen. Aber ja, ey, wenn die Sonne scheint, dann geht's einem besser. Keine Ahnung. Wie ist es bei dir? Also ich schließe mich auch an. Mir geht's auf jeden Fall auch besser, wenn die Sonne scheint. Aber Gesundheit. Gesundheit. Heuschnupfen kommt auch wieder direkt. Perfekt. Äh, aber so Winterloch, keine Ahnung. Also ich hab nicht das Gefühl, dass ich sowas hab. In Freiburg ist um ehrlich zu sein, also hier lag auch nie Schnee oder so. Also ich hab jetzt nicht das Gefühl, dass es hier so wirklich so Winterwinter war. Okay, also in Freiburg existiert einfach kein Winter. Ich hab das Gefühl, nach dieser Podcast-Folge alle Leute werden einfach nach Freiburg ziehen. Ach, war's so krass auch nicht. Also so, es gibt natürlich gibt's Winter hier, Bro. Ja, aber Schnee lag hier nicht und ich hatte auch jetzt nicht das Gefühl, dass es wirklich so monatelang nur grau war. Also so ist das. Und was auch noch dazu kommt, wir waren halt den halben Winter auch nicht in Freiburg, sondern wir haben noch Bad Chief Support gespielt, was eigentlich den kompletten Dezember waren wir eigentlich auch unterwegs deswegen. Ja, stimmt. Ja, keine Ahnung. Da war der von Frankfurt. Das war cool. Ja, Mann, das war echt cool. Nur wegen euch da. Ja. Das war super. Okay, Jungs, dann. Ich will, dass meine oder unsere ZuhörerInnen uns mal ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb spielen wir jetzt das Drei-Fragen-Spiel. Okay. Und die erste Frage ist, was ist eure größte Angst? Das ist witzig, das haben wir vorgestern auch gespielt. So aus Spaß erst und dann haben wir es doch verantwortet. Ich kann direkt mal anfangen, weil ich da auch schon die Antwort hatte. Ich glaube, also jeder Mensch hat ja ganz viele Ängste so. Ich glaube, da gäbe es ganz viele Antworten drauf. Aber was ich vorgestern darauf geantwortet habe und was ich auch eigentlich immer noch sagen würde, ist so mit, also bei mir ist so mit meine größte Angst irgendwie so verurteilt werden von anderen. Das war schon mein ganzes Leben lang so. Ich habe schon immer so voll Angst gehabt. Ich habe mir schon immer viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was andere Leute über mich denken. Und das ist auch nie so ganz weggegangen. Durch die Musik so ein bisschen musste man sich dem stellen und musste man irgendwie auch so lernen, so ein bisschen keinen Fick zu geben, sage ich mal. Weil, keine Ahnung, wenn es dann mehr Leute hören, so jeder bildet sich irgendwie eine Meinung über dich. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen lernen, mit umzugehen und einfach drauf zu scheißen. Und so. Aber, ja, das klappt natürlich auch nicht immer. Und irgendwie merke ich das immer wieder, dass echt so ein Ding bei mir ist. Viel zu sehr leider. Ich wünsche auch, dass es nicht so wäre, aber das habe ich irgendwie immer wieder. Ja, voll. Ich hatte das früher auch, aber ich glaube, das ist was, woran man richtig gut arbeiten kann. Ja, was hast du dagegen gemacht? Boah, einfach, guck mal, eigentlich ist die Angst weggegangen, indem ich wirklich mal kritisiert wurde dann und wo dann Leute wirklich mal schlecht über mich geredet haben und dann nicht einfach mal diese große Angst davor war, wie komme ich an, sondern da war dann wirklich einmal so eine Gruppe an Menschen über Social Media, als ich mit meinen Reels angefangen habe, die halt wirklich mal gesagt haben, so, Digga, das ist cringe, das finde ich scheiße. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das überhaupt gar nicht so schlimm ist. So, diese Menschen und diese Meinung, die die haben, hat mich kurz affektiert, stand mir aber gar nicht im Weg. Bei dem, was ich erreicht habe dadurch, bei dem, wie ich, welchen Blick ich auf meine Work oder meine Kunst oder whatever hatte, im Endeffekt ist es so irrelevant gewesen und diese Bestätigung, dass es wirklich irrelevant ist, hat dafür gesorgt, dass ich nicht mehr so große Angst davor hatte, dass sowas nochmal vorkommt, weil ich einfach weiß, es ist mir kein Stein im Weg. Ja. So, vielleicht, also bei mir war es dann halt irgendwie so diese Erfahrung, aber ich glaube, indem man sich das halt, ich meine, guck mal, du machst so viel Sachen in der Öffentlichkeit und es gibt tausend Menschen, die ein Bild von dir haben und bestimmt gibt es mehr als tausend. Weißt du, es gibt hunderttausend Leute, die irgendwie ein Bild von dir haben und darunter sind mit Sicherheit auch viele Leute, die das Kacke finden. So, immer so. Also, äh, und hat das irgendeine Auswirkung? Nein. Nein. Wenn dann im positiven Sinne und ich glaube halt, das ist eigentlich auch was so im Umfeld, wenn du, keine Ahnung, wenn du unterwegs bist oder sonst irgendwas, das ist immer so. Weißt du? Ja, ja, safe. Und ich glaube, wenn man sich das einfach oft genug, ähm, bewusst macht und vielleicht auch einfach bewusst macht, was man alles erreicht hat, so, trotz, whatever. Ja, auf jeden Fall, das, äh, kann man trainieren. Das sehe ich, das sehe ich, das sehe ich auch so. Was, was ist deine größte Angst, Becca? Ähm, ich, ich sage jetzt meine zweitgrößte Angst, weil ich will nicht in jeder Podcast-Folge das Gleiche erzählen. Ja. Ähm, low-key, das ganze Thema Existenz macht mir Todesangst, so allgemein, so existenzielle Fragen, obwohl wir alle leben, aber so dieses Bewusstsein ist so gruselig. Das ist was, was mich schon voll lange beschäftigt. Einfach so, manchmal gucke ich in den Spiegel und denke mir so, okay, das ist jetzt diese Hülle, in der ich drinne bin, mit meinem Kopf und meinem, mit meinem Gehirn und dem, was ich fühle und was ich denke und was ich sage. Und so, das ist so gruselig. Auch so die Tatsache, dass jeder die Welt einfach wahrnimmt, unterschiedlich, durch seine Augen, jeder parallel liebt, das ist einfach, eigentlich ist das voll normal. Man braucht davor keine Angst zu haben, weil es ist einfach so. Aber was das halt auslöst, ist so dieses, dass du für den Rest deines Lebens alleine mit dir selbst bist, wirklich alleine, weil niemand kann in deine Hülle da rein. Denn, weißt du, du hast halt einfach dein Bewusstsein in deinem Körper alleine, Digga, das ist ein bisschen komplex, das tut mir so leid, aber das ist halt real so. Alles cool. Das löst so ein Gefühl von Einsamkeit aus. Ja. Oh, okay. Checkt ihr? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht oder is it me? Ich hab mir noch keine Gedanken, aber ich werd mir jetzt mal Gedanken drüber machen. Boah, macht ihr aber nicht so viele Gedanken darüber, weil das kann einen, glaub ich, dick runterziehen. Dann kommt man beim Thema Bewusstsein an, bei den Fragen, ob Bewusstsein überhaupt existiert. Wie alle, vielleicht ist auch alles nur eine Simulation, Digga, das könnte, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Klingt wie so irgendwie Freud oder so, ich kann nicht mehr. Ja, und Antonius, was ist deine größte Angst? Ich hab, um ehrlich zu sein, jetzt wirklich die letzten, seitdem du es gefragt hast, nachgedacht und ich könnt's dir nicht sagen. Also ich hab wirklich das Gefühl, ich bin sehr, also erstens nicht ängstlich und das soll irgendwie gar nicht cool, also alles, was ich jetzt sagen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, ja, aber davor hab ich nicht so wirklich Angst, also ich hab so Angst natürlich irgendwie abends allein heimzulaufen oder so, aber ich weiß nicht. Und dann hab ich auch manchmal kurz Angst irgendwie über so, ich weiß nicht, also keine Ahnung, manchmal hab ich irgendwie Angst, okay, was ist in zwei Jahren, aber das ist dann halt wirklich so, dann mach ich mir mal zehn Minuten Gedanken drüber und dann ist das wieder, ich weiß nicht, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich nicht so, ich könnte es nicht outpointen, also ich weiß nicht. Krass, einfach ein angstloses Leben, Digga. Ja, voll nice. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass ich wirklich mir nie Gedanken, ich mach mir sehr viel Gedanken über Dinge, aber irgendwie nicht, nicht so ängstlich, ich weiß nicht. Richtig gut. Antonius, ich hab das Gefühl, du bist so ein Ruhepol. Ich weiß, ich kenn dich noch nicht so gut, aber du hast irgendwie die Ausstrahlung von so einem Ruhepol. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich nimm's mal als Kompliment an. Ja, nimm's mal an. Ja, ähm, ganz kurz, willst du mal deine Tats zeigen? Achso, wir haben jetzt grad gar keine Bildschirmaufnahme, kannst du sie mal beschreiben, weil ich will die mal kurz sehen, ich hab die, glaub ich, noch nie gesehen. Damit die Leute, die nur audiomäßig dabei sind. Warte, ich film das, ähm, mit meinem Handy kurz mit. Warte nicht, das ist diese Trash-Tattoos, ich musste sowas überstechen. Zeig mal lieber andere Arme. Süß, haben die ne Bedeutung? Eigentlich hat mäßig kein Tät was, ich hab ne Bedeutung, ich hab noch hier sowas auf dem Arm, hier sowas, hier, naja. Ähm, das obere ist süß, das sieht bisschen so aus wie so ne, das auf der Schulter, was du grad wieder weggemacht hast, das sieht bisschen so aus wie so, äh, Zellen. Ja, ich feier das leider gar nicht mehr, das ist eine Zeichnung von einer Freundin aus Frankfurt, auch Lele heißt sie, Shoutouts an Lele, Digga. Aber ich feier das leider nicht mehr, das muss ich noch irgendwie überstechen lassen, diesen Sommer. Shoutouts an Lele, ich feier das gar nicht. Ich hab andere Sachen gemacht, die feier ich. Ähm, aber ja, ich will auch mehr Tattoos, ich weiß aber jetzt irgendwie nicht genau was, ich will alles so ein bisschen mystisch machen, ich hab Lust, dass mein Oberkörper so ein Feenwald wird, ich hab ja schon Feen und ich will so einen Lebensbaum vielleicht noch, der vielleicht so die Form einer, ähm, einer Frauenfigur hat, so ein weiblicher Oberkörper, und dann, äh, wollte ich so einen Drachen noch, und vielleicht noch ein Einhorn, ich weiß nicht. Sehr mystisch. Aber jetzt nicht so mit so Schattierungen, sondern halt so süß mit so, ähm, so sehr minimalistisch, wisst ihr? Ähm, Kobolde, weiß ich nicht, weiß nicht, ob das so süß ist. Das wär auf jeden Fall auch mystisch. Ja, nee, safe, aber das klingt nach einer coolen Idee. Ich hab auch eine Frau, ich hab auch eine Frau auf meinen, auf meinen Bauch tätowiert, auch von Lele, das hat höllisch wehgetan. Süß. Ja. Aber au. Ja, zwar sehr eklig, so auf den Rippen, weißt du, so auf der Seite vom Bauch. Ähm. Aber ich hatte bis jetzt ehrlich gesagt noch kein Tattoo, was wehtut, deshalb kann ich's irgendwie nicht nachempfinden. Echt? Aber du hast doch nur so kleine Sachen bis jetzt, gell? Ja, genau, und irgendwie, das war voll angenehm, ich liebe dieses Gefühl. Echt jetzt? Ja. Das ist ein Masochismus, also. Ich kann mich da richtig entspannen. Aber egal, wir machen weiter mit unserer Fragerunde. Ähm, was wirkt ihr am meisten an euch selbst? Ja. Uh. So von, wie man ist oder von Aussehen? Naja, ich hab jetzt eigentlich auf die Persönlichkeit bezogen, so wie ich bin, aber ihr könnt natürlich auch auf das auf euer Aussehen beziehen, so mir wurscht. Ähm. Ich weiß nicht. Willst du anfangen? Ähm, ich muss auch erst mal kurz überlegen. Hast du was, Becker? Ich kann auch einen dreistimmigen Chor machen erst mal. Ähm. 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 Wenn ich, ich sag jetzt auch mal was oberflächliches ausnahmsweise. Ich mag meine Nase sehr gerne. Meine Nase ist so winzig klein und ich find die einfach niedlich. Ja, nice, verstehe ich. Und ähm, von meiner Persönlichkeit her, oder was mag ich am meisten? Ach, ich mag trotzdem, ist einfach so, ich mag, dass ich halt Verlässigkeit so ehrlich zeige. So, ich komm relativ schnell, wenn ich Menschen kennenlerne auf eine sehr verletzliche Ebene und rede mit denen über meine mentale Gesundheit. Ich mach das ja sogar im Internet. Ähm, und irgendwie mag ich das einfach, weil ich find, dass es einfach, wie ich brauch so, es brauch so Menschen, die, weil dadurch fühlen sich andere halt auch weniger alleine. Ja. Und ich bin froh, dass ich einfach so ein Mensch, glaub ich, für viele sein kann. Voll. Voll. Ja, das ist auch was, ich glaub, das ist auch was sehr, das ist auch was sehr Schönes. Das ist auch was, was ich auch immer versuche irgendwie zu kultivieren. So. Einfach so Verletzlichkeit zeigen, so. Ja. Das ist irgendwie, ähm, mega wichtig, ja. Zu kultivieren. Zu kultivieren, Digga. Zu kultivieren. Einmal ein Buch gelesen, der eine, der ein Buch gelesen hat, Digga. Hast du, hast du was, Antonius? Ich glaub, ich mag an mir, aber das ist auf jeden Fall auch, also, noch nicht, noch nicht immer so, ich hab das, glaub ich, auch schon mal gesagt. Ähm, ich glaub, ich mag an mir, dass ich relativ so, ähm, ich will grad horizontal sagen, aber es ist ja komplett random. Ich mag an mir, dass ich so horizontal bin. Nein, nein, nicht, irgendwas mit H, ähm, ne, so. H, ähm, HTTPS. Ich hab's, ich hab's, ich hab's Gefühl, ich kann Dinge, ich kann Dinge so ganz gut einfach so einschätzen, so wie es ist und so, einfach nicht, ähm. Du bist sehr rational. Genau, rational ist das Wort, was ich suche, genau. Rational, was mit H, ja, Mann. Das ist rational, was mit H geschrieben wird, der kennt's nicht. Mein Gott, ja, ja, ja. Ähm, ja, ich hab's Gefühl, ich bin relativ rational, so, einfach, ich kann so Dinge so sehen, wie sie sind und, ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht meintest du das englische Wort, humbled, das bedeutet nicht rational, aber das bedeutet, glaub ich, so ein bisschen, wie, ja, geerdet. Ich glaub, das mit H ist einfach irgendwie, ja, zumindest in meinem Kopf gemeint. Nicht das Gleiche, Rebecca. Okay, egal. Das ist diese Facetime, sich gegenseitig unterbrechen. Ne, aber das kann ich bei Antonius auf jeden Fall bestätigen. Antonius ist immer sehr, ich bin so das genaue Gegenteil davon, ich bin so, keine Ahnung, hab so gefühlt so alle zwei Wochen irgendwie so ein, keine Ahnung, wieder irgendeine Phase, wo ich alles total schwarz sehe und dann, wenn wir uns einmal hinsetzen und mal ein bisschen reden, dann merke ich so, okay, nee, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlimm und ich mach mir grad, es passiert grad alles nur in meinem Kopf, das ist sehr geil, wenn man so einen Freund an seiner Seite hat. Das klang jetzt schon wieder so, ich glaube, alle Girlies haben nach dem Podcast Crusher von Antonius. Ey, das ist so krass, Schwörer, Antonius ist wirklich größter Frauenheld, Digga, also, ja, egal. Cap. Ja, ist wirklich Cap, aber so nach Konzerten oder so, Digga, er wurde locker so dreimal mehr angesprochen als ich. Das ist Cap, das ist Riesencap. Das ist die Wahrheit. Ach, was? Das ist die Wahrheit. Okay, was ich jetzt? Ja. Scheiße. Ich glaube, mir wurde neulich was gesagt von einem Kumpel und das fand ich irgendwie ein schönes Kompliment und das sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich irgendwie, wenn es für mich so selbstverständlich ist. Ich habe das Gefühl, ich achte immer so, mir ist so Fairness sehr wichtig. Also, mir ist irgendwie einfach wichtig, dass Sachen generell fair ablaufen und es fängt irgendwie in den kleinsten Situationen an, wie zum Beispiel, du bist irgendwie in einer Gruppe gerade und man unterhält sich und einer sagt was und wird vom anderen unterbrochen. und dass man irgendwie dann auch so darauf zurückkommt und sagt so, ey, was, keine Ahnung, was wolltest du eigentlich gerade sagen? Keine Ahnung, sowas, voll banal, aber so, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mir war schon immer Fairness sehr wichtig und ich finde das was Gutes und was Schönes. Das ist gut. Ja. Also, ich will mich dafür selber loben, so, keine Ahnung. Es wurde mir neulich gesagt, dass einem Kumpel aufgefallen ist, dass ich immer lauie. Ja, okay. Dann war ich so, okay, korrekt, nehme ich gerne an. Das ist mir noch nie aufgefallen, aber ich achte mal drauf. Junge. Ich habe auch noch nie drauf geachtet. Ich achte mal drauf. Ja, achte mal drauf. Okay. Ja, sweet. Süß. Ach, toll. Ja. Toll. Ach, toll. Toll. Okay, was ist ein Random Fact über euch? Ein Random Fact. Ich. Einfach über euch. Ein Random Fact. Wie random soll es werden? Wie du willst. Also, ich habe hier in dem Podcast schon was von Verstopfungen erzählt. Boah, okay, krass. Ein Random Fact. Ich war mal als Kind mit meiner Familie, in der FAZ war es, glaube ich, hatten wir einen zweiseitigen Beitrag über meine Familie und wir wurden als Fahrradfamilie geframed. Was? Und das Interview fängt damit an, dass ich irgendwas gesagt, irgendwas Witziges gesagt habe, was der Autor dann direkt gequotet hat. Irgendwie so, Fahrradfahren ist das Beste. Sagt der sechsjährige Kasimir durch seine breite Zahnlücke. Irgendwie so. Lol. Das war schon in der Zeitung vor Musik, Digga. Let's go. Das ist hilarious. Lol. Einfach Fahrradfamilie. Das ist gerade eingefallen. Ja, voll. Ich muss dir das mal zeigen. Ich habe es in Frankfurt noch. Ja, zeig mir das mal. Und was ist ein Random Fact über dich, Antonis? Ja, ich habe, glaube ich, zu lange nachgedacht. Das Erste, was mir eingefallen ist, ich bin über so, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber ich bin über so drei Ecken mit Holger Badstuber verwandt. Was? Ja. Ich kriege es jetzt auch nicht auf die Kette, aber Holger Badstuber ist so Fußballspieler. So, der hat mal bei Bayern und auch Nationalmannschaft gespielt und so. Wer ist Holger Badstuber? Ich habe den Namen noch nie gehört. Ist es nie? Das ist so, der ist Innenverteidiger, glaube ich, und der spielt seit so vielleicht, würde ich sagen, fünf Jahren nicht mehr oder vielleicht auch so sechs oder sieben, aber der war mal richtig gut. Das war mal einer der besten Innenverteidiger der Welt. Junge, das ist krank, Digga. Holger, schick mal einen Check rüber. Und das habe ich dir aber auch schon mal gesagt, Kasi. Ja, ja. Ich habe auch so ganz, ganz, irgendwas hat ganz hinten geklingelt, aber es ist trotzdem krass. Es ist trotzdem krass. Also irgendwie so über meinen Onkel, irgendwie so dem seine Cousine, von dem ist es der Sohn. Der angeheiratete Bruder einer Schmerz. Ja, also ich bin trotzdem mit dem Verwandt über ein paar Ecken. Holger, schick Geld. Hast du den schon mal gesehen dann auf so Familienfeiern? Nein, nein, ich habe den noch nie gesehen. Holger, wenn du das ja erst. Das ist der größte Mann, Digga. Nee, ihr heißt der? Holger? Holger Badstube. Google mal nachher. Der ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich mag keinen Fußball, das ist ein random Fact über mich. Wobei, stimmt gar nicht. Eigentlich gelogen. Ich war letztens, das heißt letztens, als ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen war, war ich mit ihrem Fußballstadion. Und das war ganz cool, aber wir haben uns halt die Frauen angeguckt. Das war cool. Also wart ihr Frauenfußball oder? Ja, Frauenfußball. Achso, geil. Nein, wir sind zu Männern gegangen und haben uns die Frauen im Stadion angeguckt. Wart ihr im Steher? Wart ihr im Stehblock? Was? Das war ein Witz, Leute. Ihr müsst jetzt lachen. Was? Nein, hä? Ist doch geil. Ich hab gefragt, ob du im Stehblock warst. Achso. Dein Mikrofon hat das irgendwie verschluckt. Naja, ich war im Stehblock, genau. Da waren eigentlich nur queere Frauen. Hä, geil. Aber war es cool so? Also war gute Stimmung? Ja, übelst. Ich stell es mir auch so vor, dass Frauenfußball viel angenehmer ist von der Stimmung her als so Bundesliga-Männer. Es war schon angenehm. Es war nur halt arschkalt. Das war noch im Winter. Aber wenn du da stehst, irgendwann deine Zähne fühlst du nicht mehr, deine Hände fühlst du nicht mehr. Warst du mal in der Loge irgendwann in Frankfurt im Stadion? Im Waldstadion? Wie bitte? Warst du mal in der Loge irgendwann im Waldstadion? Ob ich da war? Ja. Nee. Was? Hätte ja sein können. Nee, ich war zum ersten Mal im Stadion da. Sag ich euch ehrlich. Ich will eigentlich öfter mal, eigentlich interessiert es mich aber auch nicht so. Ja, ja, keine Ahnung. Ich finde auch Fußball so anschauen ist irgendwie echt, also es kann echt zäh sein. So 90 Minuten sich so ein Spiel angucken. Aber wenn du die Mannschaften magst, finde ich, macht es schon Spaß. Ja, generell. Ich muss es nicht mehr mögen. Es hat mich dick gecatcht. Ich war voll into it. Geil, ne? Ich habe vorher immer gedacht so, ja, okay, da läuft halt ein Haufen Menschen ein Ball hinterher. Ja. Und die werden dafür steinreich. Ja. Ähm, weil die wie so Hunde über die Wiese in einem Ball nachrennen. Aber so low key, das ist voll interesting gewesen. Ich war so fixiert darauf. Ja, Fußball ist schon krass. Ich fand es richtig spannend. Ich bin auch nicht der größte Fußballfan so, aber naja, Fußball. Fußball. Naja. Aber so anderer Random Fact. Ich finde es aber, ich habe übelst Crush auf Leute, die Fußball spielen. Also auf Frauen eigentlich nur, nicht auf Typen. Bei Typen ist es irgendwie immer so, ja, ich wäre eigentlich voll berühmt geworden. Und dann hatte ich ein Bänderriss und meine Kniescheibe ist rausgefallen. Deshalb ist es nichts geworden. Ähm, aber bei Frauen, ich weiß nicht, wenn Frauen Fußball spielen. Echt? I love it. Okay, interessant. Ich finde irgendwie insgesamt, Fußball spielen sieht bei Männern als auch bei Frauen, irgendwie finde ich auch so, das mit so Stutzen und so. Ich finde, das sieht einfach irgendwie kacke aus. Das sieht echt kacke aus. Ich habe auch mal selber Fußball gespielt, aber so, ich dachte mir da auch schon so, das sieht doch nicht cool aus. Ich finde Fußball irgendwie auch so kein, also ich finde Fußball an sich ein super Sport und irgendwie, also es ist schon sehr cool. Ja, same, aber es ist nicht so ästhetisch. Aber ich, also so cool finde ich es auf keinen Fall. So, weißt du, ich finde es so Skaten oder so cool, aber nicht Fußball spielen. Weißt du, das stimmt, ja. Ja, irgendwie, Heike, ihr habt ja recht. Anyways, seid ihr Fußball, also wenn ihr eine Mannschaft unterstützt oder unterstützen würdet, welche wäre das? Eintracht. Eintracht vor mein Nur du sollst heute siegen Eintracht vor mein Anton, du? Ich bin jetzt nicht so ein spezielles Team, aber ich finde Freiburg schon geil. Ja, aber Freiburg ist nice. Sind die gut? Ja, aber Freiburg ist auch so ein pathischer Fußballverein. Die sind so, ja doch, die sind schon eigentlich ganz gut. Aber die haben jetzt im Europapokal sehr auf die Fresse bekommen, leider, von West Ham. Aber es war schon krass, dass sie in den Europapokal gekommen sind. Becker, hättest du gedacht, dass wir jetzt über Fußball reden im Podcast? Nee, Heike nicht, aber alles okay. Ja, lass mal Thema wechseln. Was ist dein Lieblingssong of all time? Oh mein Gott, das finde ich gut. Actually, seit Jahren immer wieder One Week Love von Bad Chief. Was? Was? Ja. Crazy. Ich suche nach One Week Love. Ich weiß nicht, was es ist, weil jeder Song ist an sich gar nicht so krass oder so krass musikalisch. Aber ich finde, der catcht mich einfach so dolle. Geil. Immer wieder, das ist so ein Song, den kann ich nicht tot hören. So normalerweise jeden anderen Song höre ich tot. Aber bei dem Song ist es irgendwie so, seitdem der draußen ist, sodass ich den nicht tot gehört habe. Deshalb sage ich heute ja. Aber manchmal muss es ja auch gar nicht so ausgecheckt sein. Manchmal catcht dann einfach der Vibe und dann reicht das schon so. Ja, eben. Ja, bei euch. Aber funny. Den haben wir tausendmal gehört auf Tour, den Song, ey. Ja. Ich suche nach einer One Week Love. Denn alles ist perfekt in der Zeit. Keine Sorge, Baby, du kannst mir glauben. Ich bin schneller wieder weg, als du meinst. Ja, ja, als du meinst. Ja, aber das stimmt. Ja, ja, als du meinst. Ja, aber geil. Was ist dein Favorite Song, dicker? Mein Favorite Song ist, glaube ich, Nights von Frank Ocean. Falls den jemand kennt. Der ist geil. Ja, Mann. Den mag ich sehr gerne. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, es gibt so viele coole Songs. Ich habe nicht so diesen Eins. Obwohl doch. I Miss You von Blink-182. Der ist ultra geil. Was ist euer Lieblingssong von euch selbst? Immer der Letzte, habe ich das Gefühl. Ja, ich mag Fensterbank sehr. Das habe ich vor einem Monat rausgebracht. Nee, Fensterbank ist nicht mal so. Aber ich habe immer das Gefühl, den Letzten, den man gerade macht. Also, weißt du, wo man gerade noch voll irgendwie... Also, bei mir ist es auch immer so, weißt du, wo ich gerade auch mich noch so reindenke in so, okay, was, so Sounds und so. Irgendwie den Song finde ich dann immer am geilsten. Ja. Verstehe ich. Ja, ich finde es so, man hat auch so Songs, die können auch älter sein oder die müssen auch gar nicht irgendwie gut funktioniert haben oder müssen gar nicht irgendwie so erfolgreich gewesen sein oder so. Und trotzdem, ich glaube, so das Gefühl, es kommt so ein bisschen darauf an bei der eigenen Musik halt, was man damit verbindet. Weil man weiß ja, was für eine Situation habe ich diesen Song geschrieben, was war damals los und so und, ähm, ja. Ich muss da spontan an, der heißt Wir kriegen's hin, denken, der Song von uns. Das ist so zwei Jahre alt, Digga. Genau, der ist so wirklich sehr alt. Und den kenne ich gar nicht, habt ihr den auf Spotify? Ja, ja. Und der klingt tatsächlich auch wirklich... Also, der klingt echt kacke, so vom Mixing her. Aber den haben wir, den haben wir genau hier gemacht, vor so, also wirklich, keine Ahnung, im Sommer 2021. 2022. Ja, 2022, genau. Und das war irgendwie, das war so ein, das war so ein Sommerabend, das war so ein geiler Vibe. Ja, Mann. So ein Homie von uns ist irgendwie noch vorbeigekommen und dann haben wir hier diesen Song gemacht und irgendwie einfach der, wenn ich den höre, muss ich irgendwie an die Zeit zurückdenken und irgendwie finde ich das, till this day, irgendwie einer meiner Favorites von uns. Wir sind aber, wenn wir sicher sind, wir zwei können wir gewinnen. Wir sind zu zweit, kriegen wir's hin. Sind wir zu zweit, ist nicht so schlimm. Ich weiß, die Zeit ist ein bisschen heikel mit uns zwei, doch das ist kein Ding. Ja, ich call dich ab und dein Handy ringt. Was ist dein Favorite von dir, Becca? Jetzt Upcoming, falsche Richtung, auf jeden Fall, der jetzt rauskommt. Falsche Richtung? Mhm, ich hab den mit Cosmos zusammen gemacht, also wir haben den zusammen geschrieben, das war cool. Ah, aber, also ist der Feature da drauf oder habt ihr den zusammen geschrieben? Kein Feature, wir haben den einfach zusammen, wir haben zusammen Session gemacht. Okay, nice. Es war richtig krass inspirierend, richtig krass inspirierend und der Song ist einfach extrem geil geworden und ich liebe den, weil der hat so was Düsteres und so Großstadtbilder und ja, den liebe ich doll. Darüber haben wir uns eben gerade witzigerweise unterhalten, auch vor dem Podcast, so über deine Mucke und so und ich kann mir das richtig gut vorstellen bei dir, wenn es irgendwie so ein bisschen düsterer wird, weil Loki, so diese ganzen Reels und so, sind ja auch oft einfach so voll die schweren, melancholischen Themen, sag ich mal und irgendwie, was du bis jetzt rausgebracht hast, war aber eher so poppig, Up-Tempo, Feel-Good-mäßig, auch wenn der Text vielleicht gar nicht in die Richtung war, aber es war so der Vibe, kann ich mir irgendwie sehr gut vorstellen bei dir, ich bin sehr gespannt. Ja, danke, ja voll, ich glaube, also der nächste Release wird auf jeden Fall auch in die Richtung jetzt gehen und bei mir ist aber generell so, dass es halt auch einfach gefühlsvoller, dass ich noch viel mehr die Emotionen und diese Verletzlichkeit, die ich in meinen Reels habe, dass ich die auch noch mehr umsetzen will musikalisch und es gelingt mir, glaube ich, mit den nächsten beiden Releases echt gut, also der danach auch, der heißt Zu Besuch, wahrscheinlich, wenn der danach rauskommt, das ist mal, da singe ich auch richtig, also da mache ich meine Riffs und so, also das ist irgendwie so auch einfach weniger kommerziell so und es... Geht es um eine Fernbeziehung bei Zu Besuch? Mhm, es geht darum, ähm, dass die Line ist, ähm, sie kommt zu Besuch und mir geht's wieder gut, steht sie vor meiner Tür, kann ich wieder was fühlen, sie lässt mich wieder blühen, weiß nicht, wie sie das tut, sie kommt nur zu Besuch. Oh, süß. Ja. Sweet, klingt schon wieder wie so ein Gedicht. Ja, voll, das ist ja eigentlich auch so ein Poesie. Du hast auch einfach diese Stimme dafür, Digga, ich kenne mich, du hast diese richtige, so eine, so eine, so eine richtige Erzählstimme irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist voll geil. Dankeschön. Und, ähm, am Ende, was steht bei euch jetzt so in nächster Zeit noch an? Also, kommt noch was, kommt noch eine, ah, ihr geht nochmal auf Tour? Wir gehen dieses Jahr noch auf Tour, ja man, wir haben letztes Jahr so erste kleine Tour gespielt, so vier Städte, war auch geil, aber dieses Jahr machen wir, machen wir groß. 20 mehr. 20 mehr, 24 Städte diesmal, kommt rum, wir sind überall in Deutschland. Jungs, das ist so crazy. Und in Österreich und in der Schweiz, wenn ihr das hört, und hört mal in die Mucke rein, vielleicht, vielleicht gefällt es euch, kommt rum, Digga, es wird geil. Ja. Ja. Aber halt erst so Mitte Oktober bis Mitte November, das dauert noch ein gutes Stück. Mhm. Ähm, aber ja, darauf freuen wir uns sehr und ich glaube so in nächster Zeit, ich weiß nicht, wann kommt der Podcast raus, weißt du das schon? Ähm, eure Folge kommt Ende April oder Anfang Mai, ah, ich glaube Ende April. Perfekt, weil genau um die Zeit droppen wir ein Feature zusammen mit Freunden von uns, mit Zartmann und mit Aaron und Andronis hat produziert. Ja, das wird geil auf jeden Fall. Ich glaube, äh, darauf habe ich sehr Bock und danach, wir haben auch, wir haben viel geile Mucke rumliegen, ich glaube wir sind den Sommer über gut, es kommt noch eine EP, äh, Tour, ja man, alles, alles. Wir machen Musik und alles, was dazugehört. Festivals, wir haben Bock. Hä, wie geil, ich freue mich ja richtig auf, auf das Feature mit, äh, Zartmann und Aaron. Der ist, der ist, ja man, der macht auch richtig Spaß. Ganz kurz, eine Sache, Zartmann, äh, nein. Aaron hat zwei Profile, ne? Einmal Drumler und einmal Aaron, das ist dieselbe Person, oder? Das ist dieselbe Person, genau. Aaron ist nämlich auch neben dem, dass er Aaron der Künstler ist, so, der, der, der singt, äh, produziert er auch und genau, ja. Das ist sein Drumler, das ist sein Produzentenprofil auf Spotify. Yes, okay, gut, weil ich, das hat bei mir manchmal echt für Verwirrung gesorgt, ich war mir da nicht ganz sicher, ich habe so die Profilbilder abgeglichen, ähm, um zu gucken, ob das dieselbe Person ist, aber da habe ich mich, hatte ich recht, okay, perfekt. Aber richtig geil, ich höre nämlich die Musik von den beiden auch richtig gerne, genauso wie eure. Und wenn der Song dann schon draußen ist, dann vielleicht können wir den sogar einblenden. Ähm, worum geht's da? Könnt ihr schon was erzählen oder lieber noch nicht? Auf jeden Fall, der Song heißt Meinen, die uns und den haben eigentlich, äh, Zartmann und Antonius zusammen gemacht, in Berlin, um drei Uhr nachts oder so, Digga. Ja, der Song ist ein bisschen, das ist nicht, nicht wie man vielleicht, oder was heißt vielleicht denken würde so, aber es geht auf jeden Fall nicht um Liebe und es geht auch nicht um, äh, boah, ich weiß nicht, wohin mit mir oder so, es ist so ein bisschen ein politischerer Song, also, aber nicht politischer, eigentlich ist es mehr so, es ist so ein bisschen, alles so ein bisschen unterschwellig, also ich finde es so, so mäßig wir gegen die. Genau, ja. Okay. So, das Gefühl von irgendwie so jung sein, bisschen verloren sein, irgendwie einen Mittelfinger an die Generation davor zu geben, so ist so ein bisschen der Vibe, so ist so ein bisschen der Vibe davon. Aber der wird auf jeden Fall geil und eigentlich war das ein Song von Zartmann und Antonius nur und dann fanden Aaron und ich den so geil, dass wir auch beide noch drauf gehopst sind und es wird jetzt das erste Mal so ein richtig so groß, also was heißt groß, aber so ist das erste Mal, dass ich so richtig so Feature mache, so. Das ist auch Cap, das war mit Vince, war auch schon Feature. Aber das war kein groß aufgezogenes Feature mit Musikvideo und irgendwie groß geplant und so. Ja, aber es war auf jeden Fall Feature. Naja, ähm, aber ja, man, auf jeden Fall sehr, sehr Bock da drauf, Digga, das wird, das wird geil, das wird geil. Ich kann dir den Song mal schicken, wenn du willst, kannst du mal reinhören. Ja, sehr gerne. Cool, ja geil Leute, dann steht ja richtig viel an. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhin fleißig verfolgen. Ich will ja auch mal mit dem Antonius noch Session machen, weil das meiner Meinung nach ein unfassbar talentierter Produzent ist, der auch noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient und auch deine eigene Musik auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, und ja, Kasi auch, beide super Jungs, ich bin sehr dankbar, dass ihr hier gewesen seid und dass ihr mitgemacht habt bei meinem kleinen Songpoeten-Podcast. Na gut. Äh, Jungs, ich danke euch, dass ihr da wart. Ich kann euch mal in Freiburg besuchen oder kommen auch mal wieder nach Frankfurt. Wir müssen mal wieder die Harker gehen und einen Käsekuchen-Shot trinken. Ich bin über Ostern in Frankfurt, lass chillen. Ja, cool. Geil, machen wir. Gut, Jungs, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt die Sonne, genießt die 20 Grad, danke, dass ihr da wart, danke, dass ich euch noch ein bisschen näher kennenlernen durfte und meine, unsere ZuhörerInnen auch und bis bald. Safe. Ey, bis bald, danke, dass wir hier sein durften und ganz viel Erfolg bei allem. Dankeschön, euch auch auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall erste Reihe bei der Tour. Ja, jawohl, jawohl. Wen sich da, seite kommt alle zur Tour. Dann schreibst du, brauchst kein Ticket kaufen. Geil. Tschüss. Ciao. Tschüss. Geh mal zum Podcast. Der Songpoeten-Podcast ist eine Produktion des Sony Music Podcast Networks und den Circle Studios Berlin. Idee und Redaktion von Lukas Barth, Sandra Pfeiffer und mir, Becker. Audioproduktion Heinrich Mattes und David Hoffmann. Mehr von uns findest du als Ad-Geh mal zum Becker und als Songpoeten auf Instagram und auf TikTok und natürlich hier. Folge dem Podcast, um keine Folge zu verpassen. Also, ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall.